... der ehemalig 80-Jahre-Jung Paul Bauer aus Haibach. Mit der Startnummer 11 begrüßen wir aus Lüdinghausen Christian Hülse-Hülshorst. Dann mit der Startnummer 12 aus Graunstein in Oberbayern, 32 Jahre Matthe Zmappe. Aus den Niederlanden, aus Driesland, kommt der Fahrer mit der Nummer 13, 38 Jahre Matthe Zmappe. Und ich rücke Kerstin aus Edro, aus Mecklenburg-Vorpommern, die Startnummer 14, 29 Jahre Matthe Zmappe. Und dann, unser Profi-Hanlon, in allen Gassen, aus allen Rettbahnen, in Polen, in England, und auch hier in Deutschland. Auf dem Gesollstein, die Startnummer 15, der Kessel, Stefan Kast. Mit der Startnummer 18 reicht zweimal europaweit aus der Grafbahn, hier wird sich der Auftrag aus Tschechien. Jere Strayerin, mit der Nummer 19 weiße, 28 Jahre, einer der festen Landfahrer der Bühne. Sie sind ja auch wieder aus Profi, wie wir Spiegel liegen. Unterwegs auf Kogler-Gesprinzip in Deutschland. Herr Dias, Mache Kröger. Mit der Nummer 21 begrüßen wir aus Hülse-Hülse-Hülse-Hülse-Hülse-Hülse-Hülse-Hülse-Hülse-Hülse-Hülse-Hülse-Hülse-Hülse-Hülse-Hülse-Hülse. Unterwegs der Karte auf Wettbewerbste und die Strömung in Deutschland. Unterwegs der Karte, der wirkliche E-Präsident, die Wettbewerbste und die Niederlande. Er ist da, er hört 18 Jahre aus dem Rollen, der vier Europameister Svendolstein, in seiner Studie aus dem Frauenhaus Wagenhagen, die aus Essen kommen, mit dem ich strahle, in drei Augen. Mit der Strahlung der Fünfte-Mannswehr ist heute die Stimme, mit der Strahlung der Fünfte-Mannswehr, in dem letzten Jahr der große Strahlung der Fünfte-Mannswehr, mit seiner Stimme, neue Fünfte-Mannswehr. Dann wählen wir frisch gewandten Wagenhagen, auf Ihrem Abitur des Rechtshaus Friedberg in Hesseburg, mit der Strahlung der Fünfte-Mannswehr, der Fünfte-Mannswehr in Hesseburg. Ein Jahr für wenige internationale Fünfte-Mannswehr aus Deutschland benutzen wir die Sieben-Kinder-Anstrengung des Mannes, hessischen Freiburg. Das ist doch wurscht. Ja, ich sehe mal, dieser Widerstand, der Fünfte-Mannswehr steht in den Freiburg. Und dann sollten wir mit der Fünfte-Mannswehr in den deutschen Wagenhagen im Jahr 2004 und hier anstrengen wir uns auf den Freiburg mit der Fünfte-Mannswehr und nun auf den großen Strahlung der Viedて in den deutschen Bundesinnen und Bundeskommunen in der Schöhe der Landesmer ermöglicht der Kalarin für den R essence Das sind alle Mädchen. Ja, ach so, die Mädchen, ach so, die haben extra noch mal geblieben. Ach, ab! Danke, danke, muchas gracias. Hallo. Ah, schön. Diener. Hallo. Hallo. Guten Tag. Dank. Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ja, bis die Kommis alles weg. Vielen Dank. 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 ... 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 Inführung, die Startung ist 23, Thomas Buss und Helmut Gärtner. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Auf Seite 29 in Ihrem Programme. Sieger die Startnummer 21, Stefan und Sebastian Steigerwald. Sie erhalten 5 Punkte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Motorradrennen, Pferderennen, Rosentage, Flugplatz, dass er kaum dazukommt, eine andere Veranstaltung außerhalb von Zweiburgern zu besuchen. Und wenn ich eine andere Veranstaltung besuche, dann mache ich das während meines Urlaubs, das mache ich dann in den Niederlanden. Aber das sind dann meistens Pferdeveranstaltungen. Pferdeveranstaltungen, ja, die gibt es euch jede Menge kennen. Ja, genau da. Gut, wir haben heute ein wunderbares Wetter. Ja, das ist auch das berühmte Zweiburger Wetter. Aber wenn Sie die leichte Brise merken, das ist ja so angenehm, dass es nicht nur heiß ist, das ist die Brise vom Meer. Und das nächste Stadte des Meeres zu uns, das ist das Meer von Holland und das ist unsere Verbindung. Das ist also Ihre Fabriese, die hierher kommt. Gut, danke für den Masken und weiterhin einen schönen Abend. Dankeschön, Ihnen auch. Das sind so Rosenkönig. Rosenkönig, ja? Ja. Wie selbst Motorrad fährt. Richtig, ein ganz großer Motorradrennen. Fadok-Servo-Motora. Genau. Was für eine Maschine? Eine Kawasaki. Wie viel Kubik? 500. 600. 600. Und bei so im Wetter macht es wunderbar Spaß damit, rumzufahren. Genau. Und das ist dann auch natürlich die richtige Veranstaltung hier, sehr interessant. Ja. Macht Spaß zuzuschauen. Gut, danke schön. Bitte schön. Bitte schön. 2, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 4. Schulze auf Nivo in Thüringen oder Sachsen-Anhalt liegt das, glaube ich. Ja, das kann doch kommen werden. Ja, das kann doch kommen werden. Können Sie zusammen, Thüringen-Arzberger? Thüringen-Arzberger? Dritte Position für den Johans Öl-Züringer. Die Fünfte runter. Der Asperger hat ja schon afrikanische Remix gewonnen, mit diesem Fahrt natürlich nicht, aber mit einem anderen Fahrt. Die Fünfte runter. 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 Vielen Dank. 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 ... 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 7. Herbert Rudolf 3 Punkte, er hat damit 13 Punkte, 4. die Startnummer 2, Andrew Airbus 2 Punkte, er hat insgesamt 10 Punkte, 5. die Startnummer 19, Matthias Kröger 1 Punkt, er hat insgesamt 5 Punkte, 6. war die 3 Berliner, keine Punkte zum ersten Mal für ihn hier, für den Evergreen. Und es bleibt also bei 11.5, der Ende der Probleme. 7. die 9. an der 10. vorübergelebt. 8. vierge 8. weitere 3 in 5. 1 6. Die Spannung ist in der letzten Runde. 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 Zwei, zwei, drei, vier, drei. Ja, ja. In Führung die 5, Warto Stantroper, Vorwehr 9, Oliver Werner. Erstmal Oliver Werner heute liegt an der Stütze, Ben Holstein an der 6-Position, an der Aufnahme. Hier ist er. Und es bleibt spannend, Abwehrspitze. Eine Runde im Sock zu Warten, ganz knapp die Führung von Markus Brandt. Wer hat ja eigentlich das Rennen schon gewonnen, aber er will auch diese Versuchung haben. Und es bleibt eine Runde im Sock zu Warten. Die 6-Position, die 3-Position, die 3-Position, die 4-Position, die 3-Position, die 4-Position, die 4-Position, die 4-Position, die 4-Position. Er ist aus diesem Laus der internationalen Licenz gespannen. Ein spannendes Unternehmen, ganz nach der Einlauf, ganz nach der Sieg von der Triffung. Marco Franklose und... ...Sieber Neurose schon einmal entführen können, mit nach Hause nehmen können. Und wer wird es 2006 werden, der diese Prestigetrophäe mit nach Hause nehmen kann? Das Rennen wird Ihnen präsentiert von der Firma Holzbearbeitung Schneider GmbH in Seidbrücken. Und die Silberne Rose wurde vom Oberbürgermeister der Stadt Seidbrücken, Herrn Prof. Dr. Helmut Reichling, gestiftet. Weitere Ehrenpreise wurden vom Ministerpräsidenten Kurt Beck und vom ADAC-Pfalz gestiftet. Im Programm ist auf Seite 51, können Sie notieren, liebe Zuschauer, wer an diesem Sonderlauf um die Silberne Rose teilnimmt. Die achtpunktbesten Fahrer sind qualifiziert, es hat allerdings ein Fahrer abgesagt, sodass sieben Fahrer am Start sein werden. Zunächst einmal die Nummer 3, Bernd Diener. Dann die Startnummer 2, Andrew Appleton. Startnummer 6, der Tagessieger Gers Risch. Nummer 7, Herbert Rudolf. Startnummer 8, Otto Niedermeyer. Nummer 15, Stefan Katt. Und die Startnummer 18, Dernik Schneiderwind. Das sind die sieben Fahrer, die die Silberne Rose in 10, 15 Minuten gerne in der Hand halten möchten. Startnummer 8, Todd Niedermeyer. Der Start ist der Volk. Und wer kommt am besten raus? Die 6 Gerd Resson von außen Peppi Rudolf. Super, guter Start Peppi Rudolf, aber Gerd Resson kann sich durchsetzen. Peppi Rudolf hat einen Blitz statt gehabt von der Außenbahn. Aber Gerd Resson ist vorne. Die Start Nummer 6, vor der 7 Peppi Rudolf, dritter die 15 Stefan Katt, dritter die 2 Andrew Appleton, fünfter dann Tina. Gerd Resson, wenn hier nichts mehr passiert, dann fährt er des Silbernen Roses sicher entgegen. Riesengroßer Vorsprung jetzt schon vor Peppi Rudolf. Und eine Runde muss er noch durchstehen, dann hat er die Silberne Rose in den Händen. Und der Gewinn ist der Fall. Der Silbernen Rose 2006 ist Gerd Ress. Gerd Ress gewinnt diesen Prestigelauf. Und ich weiß nicht, wievielte Silberne Rose es schon ist für ihn hier. Bei seinen 10. Jubiläumsrennen in zwei Brücken. Er krönt dieses Jubiläum. Nicht nur mit dem Tagessieg, sondern auch noch mit dem Gewinn der Silbernen Rose. Jetzt kommt er hier an der Haupttribüne vorbei. Vielleicht macht er auch noch ein Wheelie. Genau, das macht er. Ja, bisschen missglückt, macht aber nichts. Kann ja nicht alles klappen an einem Tag. Und wir haben folgendes Ergebnis. Siege also die Startnummer 6, Gerd Ress. Er gewinnt die Silberne Rose 2006. Weiter die Startnummer 7, Herbert Rudolf. Ein Renntag zu Ende. Und was ist so, noch so berichten wie für den heutigen Renntag? Ja, es war heute ein schwieriges Rennen für mich. Ich habe die Starts nicht so hingebracht, wie ich als Anderer hier reingegangen habe. Und wenn man die Start nicht gewinnt, hier auf der Bahn, dann ist es eigentlich schlecht. War der Staub auch zu viel? Ja, genau. Der Staub war zu viel. Ich bin einmal hinterher gefahren als Fünfter und habe wirklich nichts mehr gesehen. Ich habe nicht mehr gewusst, wo die Bahn ist. Wo ist wieder das nächste Rennen für dich? Das nächste Rennen ist am 13. Juli in Südfrankreich, Mamande. Mamande. Das ist noch ein paar Wochen bis dahin. Ja, eineinhalb Wochen. Eineinhalb Wochen. Du wirst wieder zurück nach Kengenbach. Und wie weit ist die Heimfahrt hier? Für mich sind das 150 Kilometer, eineinhalb Stunden. Nicht so weit diesmal? Nee, nee. Frau Bernd, ich hoffe, dass du dann in Mamande vielleicht mehr Glück hast wie hier. Nein, ich hoffe es. Gute Heimfahrt, bis nächstes Mal. Wie ein Kreisrektor-Kammer. Nee, der Heiko, der war mir da so nicht. Ein Machen schneller. Ja. Das ist doch auf der Bahn. Die Sonnenlacht ist immer noch. Und Ketter ist das Lacht auf. Wir haben uns heute Morgen mal kurz unterhalten. Und es war ein guter Tag für dich heute hier in Zweibrücken? Ja, schon. Ja, ich denke schon. Ich habe weiß gewonnen. Silberne Rose. Silberne Rose. Wie viele hast du davon schon zu Hause? Sieben. Sieben Stück? Sieben Stück. Alle Hand. Und Pokal hast du auch natürlich jede Menge. Alles, alles. Wie viele Pokal ist das? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, bei 25 Jahren kommt einiges zusammen. Ja. Aber viele werden verschenkt an die Fans. Gut, und diese wird du auch verschenkt? Ja, hat mich heute schon einer gefragt. Ja? Und wer ist der Glückliche? Nein, ich weiß nicht. Wir wollen weitermachen. Nicht so im Eingang. Wir kennen Eier. Wir kennen Eier. Wir kennen Eier. Und, bist du jetzt happy? Ah ja. Bist du jetzt happy? Oh, klar, bist du ja. Bitte, Pokal. Oh nein. Ja, Gertriss hat ja jede Menge zu Hause stehen. Oh ja. Also, anders gibt doch eine weg. Ja, ja. Das kommt dann wirklich da rein. Gut. Ich bin auch mit ihm sehr verfreulich. In Gertriss. Ja, wo kommt ihr weg? Also, wir fahren jetzt von Zweibrigge und dann geht's auf die Rieger und dann fahren wir mit dem Zug ein. Wo seid ihr wohnhaft? In Mannheim. Mannheim? Mannheim, ja. Da war auch Rob Kopp gekommen. Ja, ja, ja. Gute reise. Gut, danke. Tschüss, her. Tschüss. 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 Stattelte Flüge und mitten Nacht, da stellst du vor meiner Tür.